Alles klar. Das sind noch mehr Kultisten. Ich denke, wir haben hier alles weggeräumt. Öffnen Sie eine neue Kammer. Alter Sonne, dieser Arm macht mich an. Das werde ich noch brauchen. Ja, ja, schrei nicht so rum. Ich folge denen mal erst. Leise. Oh, ich brauche Pfeile. Okay. Das war knapp. Beinahe wäre ich denn in die Arme gerutscht. Einer oder beide laufen hoch? Beide. Gut. Dann gehe ich schnell weiter, bevor sie wieder runterkommen. Das hier war mal eine Brutstätte. Aber die Wildnis ist eingedrohen. Und jetzt auch der Feind. Was ist denn das? Rostiger Schrott? Kann man den verkaufen? Oder was soll das sein? Oh. Da geht alles kaputt. Ab zu tief, wenn du mich fragst. Sie sollten auf die Befehle hören. Wenn du nicht weißt, was es ist, lass es verdammt noch mal in Ruhe. Absolut kein Platz dafür. Hm. 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 Okay. Hier haben wir einen. Ein paar Kultisten. Ich muss echt aufpassen jetzt. Das will ich jetzt leise machen. Ah, da kommt einer. Den einen oder anderen kann ich verschwinden lassen. Verdammt. Pfeifen ist nicht drin. Voll blöd. Wieso? Vielleicht ein Steinchen? Ah, das ist aber drin. Warten wir, bis er wiederkommt. Der ist da zu zweit. Gut, er kommt. Jetzt. Das. Ja, das hat er gehört. Und tschüss. Zack. Erledigt. Gut. Das hat funktioniert. Keiner mehr. Nur der. Oh, oh. Mist. Vielleicht sieht er die Leiche. Willst du dich weiter verstecken wie ein Feigling? Oder rauskommen und kämpfen? Ich verstecke mich lieber wie ein Feigling. War wohl doch nichts. Zack. Und tschüss. Schöner Headshot. Tja. War wohl doch nichts. War wohl doch was, hä? Okay. Das ist einer. Das sind hier noch irgendwo welche. Untenrum orte ich keine mehr. Das ist der letzte hier. Oder? Wird nicht drauf vertrauen. Aber ich warte mal, bis er oben ist. Läuft aber immer ziemlich sportig hier. Und tschüss. Das war ein Genickschuss. Das war ein Genickschuss. Das war's aber auch. Ich glaube, in der Sektion habe ich alle getötet. Oh, gut. Oh, okay. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, okay. übertrieben. Okay. Wieder in den Stealth-Modus. Und dann geht's weiter. Okay, da komme ich nicht durch. Keine Kultisten zu sehen. Oh-oh. Ist das ein langer Hals da vorne? Da ist die Brutstätte. Ob ich die hacken kann? Es muss ein Höhen ein Sturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Das sind jetzt ein paar. Wir werden Ihnen zeigen, was Wachter kommt. Okay. Ich glaube, wir sollten mal kurz die Quest hier annehmen. Brutstätte. Damit wir wissen, wo das ist. Ja. 175 Meter. Okay, alles klar. Warte mal. Beobachten, wo die hingehen. Der läuft hier hoch, runter. Okay. Den hätte ich jetzt erledigen können. Scheiße. Wo sind die zwei da unten eigentlich? Wieder weg. Okay, wenn der wieder oben ist. Nö. Denn ihre Laufwerge, Lauf, Laufwerge, die in ihre Laufwege sind ziemlich komisch. Aber vielleicht komme ich da auch durch, ohne einen zu töten. Mal gucken. viele Deckungsmöglichkeiten gibt's ja. Das sind zwei. Wenn ich den einen töte, merkt der andere was. Das ist eins, was sicher ist. Also schnell ins Geppisch. Da ist das nächste Geppisch. Ich könnte auch hier hinter den Sachen hier Oh, was blaues. Fernangriff. Keiner oben, keiner. Das ist ein Langhals. Der ist halt noch nicht fertig gebaut worden. Okay. Der mit den Ästen. Okay, hier entlang. Oh. Den hätte ich beinahe übersehen. Ich habe meine Stiefel in dieser Schicht fassen. Da ist auch einer. Danke. Danke. Aber hier kommt keiner her gerade, oder? Den sieht sowieso kein Mensch. Gut. Her mit den Ästen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Sind hier noch irgendwo Kultisten? Nö. Sicher? Auch keine ungepolten. Oh. Was haben wir hier? Vorratskiste. Na egal. Ich höre da was. Ich geh mal da rüber. Was geht dein Wästchen? Ich geh mal da rüber. Oh, was Lillan ist. Uh. Das hat Papa doch gern. Und was? Warum kann man die Modifikation nicht gleich angucken, wenn sie da ist? Ach, egal. Verderbnisschutz. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich nur für... Ah, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Da fehlt mir ja auch noch was hier. Uh, ja. Fernangriff. Verderbnisschutz. Das hat der Fernangriff 17 und Schockschutz. Ja, da machen wir noch Verderbnisschutz rein. Sehr schön. Haben wir schon gleich was gefunden? Das gefällt mir. Oh Gott, wie viele. Okay, so komm ich nicht rüber. Ja, jetzt spring doch da hoch. Ah. Ich werde das später ausschütteln. Okay. Du hast jetzt auch keine Zeit, das auszuschütteln, weil... Wir müssen uns hier reinschleichen. Okay. Boah, wieder zwei Stück. Wie soll ich die töten? Äh, zwei ist gut. Das sind drei. Da oben ist auch einer. Die laufen da rum. In ihre Laufwege. Okay. Wo läuft der immer hin? Der läuft immer hoch, runter, hoch, runter. Okay. Bis jetzt haben sie mich noch nicht bemerkt. Meister der Tarnung ist wieder. Also heute läuft alles gut. Wo läuft der her? Wo läuft der hin? Oh, der hat irgendwas Böses hinten drauf. Komm schon. Hier ist was. Hier ist was. Ah, fuck. Das war knapp. Das war knapp. Das war echt knapp. Ich dachte, die erwischen mich jetzt. Oder der erwischt mich jetzt. Okay, jetzt Beeilung. Es kann natürlich sein, dass der jetzt gesehen wird. Aber egal. Schnell nach oben und dann bin ich dort, wo ich hin muss. Können sie mich lang suchen. Bin ich da? Okay. Keine Feinde. Boah, die Brutstätte ist ganz schön kaputt zerstört. War ja letztens in einer drinnen. Die ist richtig... Uh, da geht's aber tief runter. Die ist richtig noch intakt gewesen. Das sah richtig cool aus. Aber das hier ist jetzt auch voll cool. Alles so vermodert und kaputt. Oh, zum Teufel. Vielleicht muss ich nach oben. Hoah! Hoah! Nicht runterfallen. Jetzt bin ich so gut durchgekommen. Begib dich zur Brutstätte. Hä, wo muss ich denn da hin? Hier lang? Nö, oder? Nö. Hier funktioniert doch gar nichts mehr. Ich kann doch gar nichts mehr hacken oder so. Hm. Oder muss ich gucken, dass ich irgendwie hochkomme? Hä, warum ist das Zeichen nicht mehr da? Wo ist das? Wo muss ich denn hin? Hä? Ja. Da. Okay. Erste Brutstätte. Ah, da muss ich hin. Okay, dann muss ich doch weiter. Wundert mich nur, dass da keine Feinde sind. Vertrauen würde ich aber trotzdem nicht drauf. Boah, hier gibt's überall Pilze. Das mach ich mal, bevor ich wieder sterbe. Stimmt noch mehr. Hä? Ja. Da sind noch mehr. Okay. Hoffentlich sehen die mich nicht. Boah, Deckungsmöglichkeiten sind nicht viele. Okay, wie viele haben wir hier? Einen, zwei, drei, vier, vier. Okay, mit vier sollte ich eigentlich fertig werden. Oh. Oh. Das war nicht sonderlich klug. Zack. Und tschüss. Der ist tot, aber der wird gesehen. Ich wusste es, er wird gesehen. Nein, da oben ist ein Scharfschütze. Jetzt kommt der runter. Mist. Ich muss ihn erledigen, bevor er an der Leiche ist. Kommt der jetzt oder nicht? Ne? Boah, das sind mehr als ich dachte. Boah, das sind richtig viele. Und ich gibt, es gibt null Deckungsmöglichkeiten. Also es ist nur Kampfgebiet hier. Warte. Tot. tot. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Stück könnte ich noch mit dem Feuerpfeil ausschalten. Ich kann hier aber auch noch den einen hier ausschalten. Der mit seiner Riesengun, den muss ich auch anders ausschalten. Echt heftig. Wenn der jetzt der eine noch mal vorbeiläuft, könnte ich den vielleicht da rüberlocken und noch ausknipsen. Wo bleibt der? da läuft er. Jetzt kommt er zurück. Eine lautlose Falle wäre auch nicht schlecht. Komm schon. Wo bleibt der denn? Ah. Ah. Jetzt. Hat er nicht gehört. War ja klar. Ja. Das war ja klar, dass er das nicht gehört hat. Hm. Eine Feuerfalle hier. So. Jetzt auf Feuerpfeil. Und abwarten. Wenn die jetzt die beiden jetzt wieder da hochrennen. Genau. Jetzt. Die zwei rennen da hoch. Sind an dem Fass. Ich spann mal den Bogen. Und Schuss! Beide tot. Ich bin gar nicht hier. Hm. Okay. Die wissen nicht, wo ich bin. wieder einer weniger. Der weiß noch immer nicht, wo ich bin. Wie gut! Ich schalte die doch alle lautlos aus. Und jetzt. Greif ich an! Ah! Das war's! Yeah! Alle lautlos. Ausgeschaltet. So muss das sein. Geiler Shit. Das war richtig gut. Kann ich meine Falle wieder mitnehmen? Ich will die mit... Ja. Perfekt. Hat ja leider nicht funktioniert mit meiner Falle. Aber egal. alle gekillt. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Hä? Wieso? Echt jetzt? Habe ich so viele? Oha! 12! Okay. Gehen wir mal gucken in unserem Inventar. Uh! Das ist aber schon viel. Ich muss mal langsam... Oha! Langsam musste ich mal ein paar Sachen verkaufen. Ja, aber da unten hat es noch mehr Platz. Ach, Kapazität... Ach so. Ach, das ist ja Ding. Tränke. Oder was ist das? Wo sind die drin? Bei Rohstoffe auf jeden Fall nicht. Bei Munition? Ah, hier. Bei Tränke. Ah ja, man kann nur zwölf Stück tragen. Ja gut, das ist ja in Ordnung. Kannst du ja noch erweitern, dann kann ich mehr tragen. Geh trotzdem mal gucken, vielleicht hat irgendjemand Scherben dabei. Nee, ich werde nicht auf der Straße erkannt. Ich bin ein viel zu kleiner Let's Player, als mich irgendjemand auf der Straße erkennt. Auf der Gamescom kam es mal vor. Mal sehen, was ihm solche Angst macht. So. Jetzt bin ich auch noch mit. Gibt es hier sonst noch irgendetwas, was ich übersehen habe? Ja. Da drüben. Was Blaues. Eine Mod wäre nicht schlecht. Maschinenkern. Großer Maschinenkern. Scherben und so. Hier haben wir auch noch was. Mehr Scherben. War gut. Leider nix Lillanes. Aber wir haben mal vorher was Lillanes bekommen, deswegen brauchen wir uns ja nicht beschweren. So. Auf das. Und dann geht's ab. Sehr schön. Sehr schön. Mehr Maschinen dich überbrücken kann. Ja, Mann. Hä, was jetzt? Verteidige den Kern. Oh nein. Dein Ernst. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Fuck, wo ist das Ding? Fuck. Feind gesichtet. Ganz ruhig. Ja. Aua. So. Yeah, Mann. Ihr wollt Action? Da habt ihr Action. Hä, warum explodiert das nicht? Oh, keine Munition mehr. Oh, das tat weh. Ah. Aua. Passt auf. Ah. Was ist denn los? Ah. Äh. Nicht nachlassen jetzt. Äh. Ist sie noch hier? Das sind Maschinen auch. Wo kommen die denn jetzt her? Die sind nicht auf meiner Seite. Aber egal. Das ist jetzt schon mal abgelenkt. Hier drüben ist jemand. Du gehörst mir. So. Ab jetzt kämpfst du für mich. Gut gemacht. Opa. Alter, da ist auch noch ein Verwüster. Ja, klar. Ja, na klar. Ist okay. Warum soll ich eigentlich nicht tun, dass ich sie auf meine Seite kriege? Alles klar, Dave. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Leben wohl. Bis dann. Ciao. Alter. Wie der einfach alles abmetzelt. Einfach so. Du wirst verändern. Du wirst verändern. Bist du aufpassen. Das greift er mich auch noch an. Das ist schon ziemlich am Arsch, der Arme. Das ist schon ziemlich am Arsch, der Arme. Ja, ja. Jawoll. Aua. Alter, was macht der da oben? Der rastet voll ab. Ich brauche den. Der letzte bringt ihn um. Und ich bring ihn um. Komm her. Das war's, Kumpel. Tut mir leid. Ja, Mann. Sehr schön. Das war ja geil. Uh, jetzt kann ich alles aufsammeln. Alles für mich? Eisschutz. Auch nicht schlecht. So. Ja. Voll gut. Keuerschutz. Mal gucken, was ich so nehmen kann. Eigentlich gucke ich eher, dass ich so Lillaneszeug nehme. Soll ich mich grünen? Im Grünen ist nicht mehr so stark. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Jetzt kannst du wieder alles mitnehmen. Boah, krass. Was für ein Chaos. Blöde Wüstenglas. Das kann ja alles verkaufen wieder. Warum zum Geier sind eigentlich die Maschinen gekommen? Das ist echt seltsam. Kamen die jetzt einfach, weil ich das gehackt habe? Wurden die hierher gerufen? Ein Schlüssel. Maschinenkerne. Sieben habe ich, oder was? Kleine Maschinenkerne. Brauche ich die nicht irgendwie für eine Quest? Ach Gott, nein, das brauche ich nicht. Muss ich das jetzt nochmal hacken? Oder ist das erledigt? Ich denke, das ist erledigt. Du musst jetzt abhauen, oder? Wie komme ich da hoch? Achso. Oh, eine Rotstoffkiste. Hey, German 3D. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die haben die Wachen gerufen. Ja, und die Maschinen. Also der Kern hat die Maschinen angelockt und die Wachen. Beides. Aber woher die plötzlich kamen, das fand ich halt seltsam. Ist ja auch egal. Kein Platz. Ja, dann nimm das mit. Wie komme ich hier aber jetzt raus? Ist auch noch so eine Frage. Hm, Pilze. Mushrooms. Wie komme ich hier raus? Kein Weg mehr raus. Was ist los? Jetzt ist aber plötzlich alles intakt. Das ist ein Energiefeld. Hier komme ich nicht mehr durch, oder? Aua, 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 aua. Hä? Und hier auch. Seltsam. Finde den Ausgang. Ja. Leichter gesagt als getan. Ich muss irgendwie da hochkommen. Vielleicht, indem ich hier hochkomme? Moment mal. Jetzt habe ich eine Idee. Ja, jetzt. Ab. Ja, genau. Hier lang. Hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Ja, dass ich dann voll in die Arme von den Kultisten laufe. Aber ich denke... Nein. Ich denke, es geht weiter. Ja, 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 ich denke, es geht weiter. Vielen Dank.